Guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. Verbreitet konnte man auch heute wieder in Deutschland einen goldenen Oktobertag genießen. Viel Sonnenschein, ein paar dichtere Wolkenfelder gab es zum einen aus Westen und zum anderen auch Hochnebel aus südöstlichen Richtungen in Richtung Sachsen und Brandenburg. Wir haben es im Moment mit zwei ziemlich kräftigen Druckgebieten zu tun. Einmal ein Tiefdruckgebiet südlich von Island mit nur 952 Hektopascal. Das ist sehr wenig, ein Hochdruckgebiet nordöstlich von uns, 1035 Hektopascal. Sehr große Druckunterschiede lägen diese beiden näher beieinander. Gelbskräftigen Sturm, so aber wird vor allen Dingen aus Süden die Luft zu uns geführt, was heute zu Föhn führte und zum anderen wird aus Südwesten eben auch warme Luft nach Deutschland gebracht. Dementsprechend auch recht hohe Temperaturen heute. Zum Teil gab es sogar einen Sommertag, der gilt ja ab 25,0 Grad, Sonthofen 26,1 Grad, Hochstädel Kalle 23,2 in Niedersachsen, Fehmarn-Wulfen dagegen nur 15 Grad. Da kam der Wind über die Ostsee, die hat im Moment 13, 14 Grad, dementsprechend dort recht kühl. Und Sebnitz in Sachsen, dort hatte man es mit böhmischem Wind zu tun und aus dem böhmischen Becken kam eben recht dicker Hochnebel, dementsprechend auch am Nachmittag nur um die 13 Grad. Es geht bei uns weiter mit etwas dichteren Wolken, die jetzt aus Südwesten kommen, denn über Frankreich liegt nochmal so ein kleines Tiefdruckgebiet und das lenkt sowohl in der Nacht als auch morgen etwas kompaktere Wolkenfelder in die Westhälfte und in den Süden. Jetzt in der Nacht kann es daraus auch gelegentlich leicht regnen, insbesondere Richtung Schwarzwald, sonst oft nur locker bewölkt oder sternenklar. Die Donau entlang kann sich Nebel bilden und die Temperaturen liegen morgen früh meist bei Werten zwischen 8 und 14 Grad. Am Vormittag ein ähnliches Bild. Nach Süden kompaktere Wolken, leichter Regen daraus. Ähnliches gilt dann auch für die Eifel, für Teile von Rheinland-Pfalz. Und ein paar Wolkenlücken gibt es dann immer mal wieder nach Norden hin, richtig sonnig sogar vom südlichen Niedersachsen bis zur Ostsee. Im Laufe des Nachmittags eine ähnliche Wolkenverteilung. Ein paar Wolkenlücken gibt es dann auch im Lee des Erzgebirges, also auf der windabgewandten Seite. Zum Teil aber eben auch wieder Hochnebel aus südöstlichen Richtungen, also aus dem böhmischen Becken. Höchstemperaturen liegen dann am Nachmittag meist so bei Werten zwischen 15 und 21 Grad. Und der Wind kommt weiterhin aus südlichen Richtungen in den Mittel, ist er oft nur schwach unterwegs, Richtung Ostsee aber frisch, bis zum Teil sogar stark. Die nächsten Tage nochmal ähnliche Temperaturen und auch häufiger Sonnenschein. Im Nordwesten am Mittwoch, im Norden am Donnerstag leichter Regen, sonst aber recht freundlich, sonnig und trocken. das ist es nicht mehr ganz wichtig, Vielen Dank.